Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 153. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer dabei die wunderbare Hoax-Mystrieuse Alexa. Hallo ihr da draußen. Und ich bin der Hoax-Master Alexander. Und in dieser Folge wird es geradezu märchenhaft, aber da kommen wir natürlich nachher erstmal im Thema der Woche dazu. So, jetzt machen wir erstmal, wie seit 152 Folgen und heute, die Story der Woche. Seit jeher. Seit Anbeginn der Zeit. Jawohl. Ja, in dem Thema der Woche, das kann ich vielleicht jetzt schon vorwegnehmen, wird es nachher um eine Figur gehen, die Kinder verführt haben soll. Und woraufhin dann Kinder verloren gegangen sind und auch in der Story der Woche, so ungesichert es ist, beschäftigen wir uns mit jemandem, der sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen musste, mit Kindern nicht immer ganz das Verhältnis gehabt zu haben, was man normalerweise so denken sollte. Ich spreche von dem großen Künstler und leider inzwischen verstorbenen Michael Jackson und dieser Künstler hat kurioserweise einmal ein Konzert in einer deutschen Stadt gegeben, von der man das so gar nicht glauben würde, dass da ein Künstler von derartigem Weltruhm, dessen Tourgepäck irgendwie 20 Lastwagen in Anspruch nahm, da auftreten würde und zwar in Hameln. Tatsächlich ist Michael Jackson 1992 im Weserberglandstadion in Hameln aufgetreten. Es sei denn, ich habe euch da wieder mal Müll erzählt und euch einen Bären aufgebunden. Thema der Woche Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an, weshalb er Bunting soll geheißen haben, und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach sein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen also bald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm, und so führte er sie an die Weser. Dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm alle Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, sodass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag, morgens früh 7 Uhr, nach anderen zu Mittag, erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war. Danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit betrübtem Herzen ihre Kinder. Die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder oder auch nur etliche gesehen, aber alles vergeblich. Es waren im Ganzen hundertdreißig verloren. Wodurch ist dem Unglück entgangen, denn als es zurückkam, waren die anderen schon in der Grube eines Hügels, die noch gezeigt wird, verschwunden. Die Straße, wodurch die Kinder zum Tore hinausgegangen, hieß noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wohl noch heute, die bungelose, trommel, tonlose Stille, weil kein Tanz darin geschehen, noch Seitenspiel durfte gerührt werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward, mussten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind aufgerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in sieben Bürgen wieder herausgekommen. Die Bürger von Hameln haben die Begebenheit in ihr Stadtbuch einzeichnen lassen und pflegten in ihren Ausschreiben nach dem Verlust ihrer Kinder Jahr und Tag zu zählen. Ja, liebe Hörer, ihr seid nicht bei den Blackstreet-Stories gelandet, was der ein oder andere vielleicht mal denken könnte nach einem so langen gelesenen Text der Hoaxmystress. Wer das übrigens mehr haben möchte, dass Alexa euch etwas vorliest, der sollte tatsächlich mal sich die Seite www.blackstreet-stories.com angucken. Da gibt es Hörbücher und Geschichten von Alexa gelesen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema der Woche, nämlich dem Rattenfänger von Hameln. Also eigentlich hätte schon beim ersten Halbsatz der gelesenen Geschichte irgendwie jedem klar sein müssen, worum es gehen wird. Und wer mit dem merkwürdig oder mit dem wunderlichen Mann gemeint ist, das ist eine der Sagen, die derartig um die Welt gegangen sind und heute noch verbreitet sind, dass man sie irgendwie kaum aus einem Kinderzimmer wegdenken kann. Der Rattenfänger von Hameln ist nicht nur in Deutschland natürlich unschlagbar, sondern auch im Ausland im Prinzip wirklich in der ganzen Welt so bekannt, dass die Leute, die Touristen reihenweise und busseweise ins kleine Städtchen Hameln schwärmen, um sich das da wirklich vor Ort alles nochmal anzugucken. Und dann werden sie feststellen, wenn sie das machen, dass es in der ganzen Stadt wirklich immer wieder Hinweise darauf gibt, dass an der Sage wirklich was dran ist. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz konkret der Unterschied zwischen Sage und Märchen. Ein Märchen, wie die Brüder Grimm selber sagen, ist poetischer, die Sage ist historischer. Das heißt also, das Märchen hat keinen Wahrheitsanspruch, die Sage hat den Wahrheitsanspruch und sicherlich in diesem Fall auch jede Menge Wurzeln in der Realität. Da merkt ihr schon, dass ich am Anfang der Sendung gesagt habe, es wird märchenhaft. Das war natürlich dann nach dieser Einleitung, kommt halt falsch. Denn ich hätte sagen müssen, es wird sagenhaft. Sagenhaft, wie bei Loriot. Klingt dann aber auch ein bisschen eingebildet. Vielleicht auch nicht das Richtige. Sag doch noch ganz schnell, du hast eine bestimmte Fassung ja vorgelesen in dieser Rattenfängergeschichte. Welche Version war das, die du jetzt gelesen hast? Das war die Nummer 245 aus den deutschen Sagen der Brüder Grimm. Das heißt also, die Brüder Grimm haben nicht nur Märchen gesammelt, sondern auch Sagen. Und das ist also die Fassung, die heute noch so am bekanntesten ist. Es gibt noch andere Fassungen. Es gibt frühere Fassungen. Es gibt zum Beispiel noch eine von Athanasius Kircher, dem Jesuitengelehrten, dem Bekannten. Und überdauert hat aber natürlich diese Fassung, die von 1816 sein dürfte, die von den Brüdern Grimm halt verwendet wurde. Und die haben natürlich, das muss ich vielleicht noch ergänzen, wie sie das auch bei den Märchen gemacht haben, sich ganz eng an das gehalten, was sie von ihren Quellen erfahren haben. Das heißt also, ja, diese Wahrheitstreue und Wahrhaftigkeit, also diese Verantwortung den Quellen gegenüber war auf jeden Fall da. Das heißt, sie haben das alles so mit in ihre Sammlung aufgenommen, wie es ihnen erzählt wurde. Aber was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wenn sie verschiedene Versionen erfahren haben, wo die Motive vielleicht sich auch unterschieden, dann haben sie das hinterher zu einer Fassung zusammengebaut. Das heißt, dann auch wirklich die Motive entsprechend zusammengestellt. Über die Brüder Grimm werden wir vielleicht tatsächlich auch nochmal eine andere eigene Episode machen, weil das glaube ich auch relativ spannend ist, was die so gemacht haben. Kommen wir mal zurück zum Rattenfinger von Hameln. Ja, du hast schon gesagt, trotz der Kürze der Rattenfinger von Hameln, eine unfassbar beliebte Sage in Japan und den Vereinigten Staaten vor allen Dingen auch ist diese Geschichte unglaublich beliebt. Wir haben die Geschichte gehört und natürlich stellt sich die Frage, ist da was dran? Oder was entspricht denn wohl der Wahrheit, wenn man sich mit dem Rattenfinger von Hameln beschäftigt? Und da gibt es durchaus relativ ausgefeilte Theorien verschiedenster Art, die erklären wollen, worum es denn im Rattenfinger von Hameln wirklich geht und was da passiert ist in der Geschichte des Rattenfingers von Hameln. Genau, wir haben ja im Prinzip zwei Themenkomplexe. Wir haben einmal die Vertreibung von Ratten durch einen Rattenfänger und wir haben die Entführung von 130 Kindern, die nie wieder zurückgekommen sind und man weiß oder hat niemals erfahren, wohin sie verschwunden sind. Das heißt also, wir haben auch im Prinzip zwei Sagenteile, die da zusammengestellt sind und das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen. Ganz am Anfang gab es den Teil mit dem Rattenfinger überhaupt nicht. Das heißt, es war nur von einem Pieper, also von jemandem, der mit einer Flöte rumlief, die Rede, der die Kinder fair oder entführt hat, aber mit keinem Wort hat er sich auch irgendwie mit Ratten beschäftigt. Wohl aber, und das finde ich ganz spannend, gab es den Beruf des Rattenfängers im Mittelalter. Also wenn wir uns jetzt wirklich an das genannte Jahr 1284 mal klammern und davon ausgehen, dann gab es zu dieser Zeit tatsächlich Leute, die durch die Gegend gezogen sind und ihre Dienste zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, okay, ich befreie euch von der Rattenplage, aber natürlich nicht, indem sie Flöte gespielt haben und Ratten ersäuft haben in einem Fluss, sondern mit den herkömmlichen Mitteln wie Fallen oder Giftködern oder ähnlichen Sachen. Ganz ungewöhnlich zum Status des Rattenfängers sagen wir gleich nochmal was, ist tatsächlich die Tatsache, dass in dieser Sage eine Jahreszahl ganz konkret genannt wird und nicht nur das. Es wird dann ja auch noch ein Datum genannt, an dem die Kinder ja aus der Stadt dann entführt worden sind, gekidnappt, würde man ja heute im Neudeutsch sagen. Und das ist genau das, was du angedeutet hast, nämlich, dass es ja so einen Wahrheitsanspruch hat, denn wenn man dann liest, dass es am 26. Juni 1284 da zu dem Ereignis kam, dass die Kinder herausgekommen sind, dann würde man ja sagen, naja, da gucken wir doch mal in der Stadtchronik von Hameln nach und dann werden wir ja schon sehen, ob da was eingekragen ist zu dem Zeitpunkt oder nicht. Dummerweise gibt es aus der Zeit keine Dokumente, die man finden kann, die also darüber Ausschluss geben. Und das ist das erste Problem, was wir haben, wenn wir gucken wollen, was ist denn an der Geschichte des Rattenfängers von Hameln wirklich Wahres dran. Es gibt aus dem Jahr 1284 zumindest so konkret keine Aufzeichnung, wie uns irgendwas zu erklären. Das ist tatsächlich, also eine ganz nahe Zeit, also nahe zu dem Datum, was da genannt ist, können wir keine Quelle rücken. Es gibt aber spätere Quellen, also die dann teilweise aber schon, ja, so ein, zweihundert Jahrhunderte später auftauchen, wo tatsächlich Hinweise existieren, dass das genauso stimmt, wie die Brüder Grimm das in ihrer Sage beschrieben haben. Nämlich einmal, dass es durchaus in einem Stadtbuch, es gibt das Stadtbuch Donat, einen Eintrag gibt, der darauf hindeutet, dass so ein Ereignis tatsächlich mal geschehen ist in Hameln. Es gibt tatsächlich den Eintrag bei mehreren Ereignissen der Stadt, dass das entweder vor oder nach dem Verschwinden der Kinder geschehen ist oder vielmehr, dass es nach dem Verschwinden der Kinder geschehen ist. Also eine Art eigene Zeitrechnung. Genau, dass die Hamelner wirklich, also wie es in der Sage auch steht, eine eigene Zeitrechnung eingeführt haben. Und derjenige, der das aufgeschrieben hat, der hat das auch in diesem Stadtbuch ergänzt. Das heißt, das stand nicht von vorne herein da, sondern er hat ein reguläres Datum durchgestrichen und hat dann diesen Zusatz in den Eintrag gesetzt. Des Weiteren gibt es in der Stadt tatsächlich auch Inschriften, die ganz klar sagen, Am 26. Juni 1284 sind durch einen Pieper 130 Kinder verleitet worden, aus der Stadt auszuziehen und sind dann eben verschwunden. Also der Text, den es gibt, ist eine Hausinschrift, die lautet, Am 26. Juni 1284 am Tage Johannes et Pauli war der 26. Juni durch einen Pieper mit allerlei Farbe begleitet gewesen, 130 Kinder verleitet, bin in Hameln geboren, Tu Calvari bei den Koppeln verloren. So, das ist der Text, hätte ich noch ein bisschen lyrischer lesen müssen. Das war jetzt sehr sachlich. Ja, das ist eine Hausinschrift in Hameln und man geht davon aus, dass diese Hausinschriften sich tatsächlich eigentlich immer auf wahre Ereignisse beziehen. Genau, das ist ein sogenannter Merkvers, der darauf abzielt, sich wichtige Ereignisse, wie der Name schon sagt, merken und auch weitergeben zu können. Und Forscher sind der festen Überzeugung, dass diese Merkverse sich selten bis nie auf fiktionale Ereignisse beziehen. Das würde ja eigentlich auch gar keinen Sinn machen, sondern die beziehen sich tatsächlich immer auf wahre Ereignisse, damit man die eben dann entsprechend weitergeben kann und nicht vergisst. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf den Rattenfänger, der ja erst später dazugekommen ist in diese Sage zurück. Und zwar, es gab zwar diesen Beruf Rattenfänger, der zählte aber zu den sogenannten ehrlosen Berufen. Also das war jetzt kein angesehener, vielleicht in einer Gilde organisierter Handwerker, sondern das war ein Mann in der Regel, der zum fahrenden Volk gehörte. Und der ähnlich wie ein Totengräber oder Scharfrichter oder ein ähnlicher Beruf eben verfilmt war und von den Leuten also wirklich im Prinzip wie Dreck behandelt wurde. Das heißt also, das Motiv, dass man denjenigen, der da umherzieht, um die Ratten einzufangen, übers Ohr haut, das ist vor diesem Hintergrund gar nicht so weit hergeholt. Und durchaus denkbar. Ja, Ratten können übrigens erstaunlicherweise recht gut schwimmen. Ja, also das mit dem Enervesa ersäufen, das macht irgendwie nicht viel Sinn. Das kann man noch mal ganz kurz dabei sagen, deswegen fühlen sie sich auch in diversen Kanalisationen von Großstädten so wohl, weil die da prima durch die Gegend schwimmen können. Das ist einfach nochmal an der Stelle als Hinweis. Ja, da muss man sich jetzt natürlich fragen, was ist denn mit den Kindern passiert? Wo sind die denn geblieben? Also im Märchen, klar wird es ja beschrieben, sie sind in eine Grube, in eine Höhle gekommen, sind in einen Berg entrückt worden vielleicht, kann man ja sagen. Und das ist ja so ein Motiv, was es durchaus auch häufiger gibt, dieses Entrücktwerden. Ja, also das gibt es eigentlich eher in anderem Zusammenhang, diese Entrückung. Das hat eigentlich, wenn man es jetzt mal vollkündig betrachtet, eher was damit zu tun, vom Leben in den Tod entrückt zu werden. So die klassische Entrückungsgeschichte ist die von König Arthus, der dann auf die Insel Avalon entrückt wird. Wenn man jetzt einen Berg unbedingt haben will, dann wäre man dann wie zum Beispiel beim Küffhäuser. Das sind so diese ganz klassischen Motive, wo eben genau dieser Punkt auftaucht. Bei den Kindern ist es noch ganz spannend, weil wir da einen weiteren Hinweis erhalten, wenn es dann heißt, dass manche sagen, sie wären in eine Höhle gegangen und in sieben Bürgen wieder herausgekommen. Es gibt unwahrscheinlich viele Theorien, worauf diese Entführung oder dieser Kinderauszug aus Hameln deuten könnte. Und da muss man sich dann erst mal wirklich fragen, sind das tatsächlich Kinder, die da ausgezogen sind oder ist damit vielleicht was anderes gemeint? Also diejenigen, die sagen, es sind wirklich Kinder gewesen, die sagen, das kann zusammenhängen mit den sogenannten Kinderkreuzzügen, wo also wirklich sehr junge Menschen, ja Priestern gefolgt sind, um Buße zu tun und ins heilige Land zu ziehen. Und natürlich sind auf diesem anstrengenden Weg, wenn man sich überlegt, dass die tatsächlich zu Fuß losgepilgert sind, viele, viele, viele umgekommen. Das passt aber zeitlich nicht so ganz. Deswegen ist die Forschung inzwischen von diesem Punkt wieder weg. Denn der Kinderkreuzzug soll im Jahre 1212 stattgefunden haben. Das wäre dann ein bisschen früh für die Geschichte des Rattenfingers von Hameln. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Theorie des Kinderkreuzzuges in dieser Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja auch bis heute immer noch etwas umstritten ist. Es ist immer noch nicht klar, ob es tatsächlich einen Kreuzzug gegeben hat, der im Wesentlichen aus Kinderrittern oder aus Kinderkriegern bestand. Da sind sich die Historiker bis heute nicht einig, ob es das gegeben hat oder nicht. Aber wenn denn er stattgefunden hat, so die Quellenlage, sind es rund 72 Jahre vor der Geschichte und dann passt es eben nicht mit der Geschichte des Rattenfingers so oder so zusammen. Also fest steht, dass die Bürger von Hameln zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Geschichte eine ziemlich wiederkehrende, feste Anzahl, nämlich 130 von ihren jungen Leuten verloren haben. Und inzwischen geht die Forschung eher davon aus, dass das, was da so als Spielmann oder als Jäger oder als Rattenfänger beschrieben wird, eigentlich ein Lokator war. Das war eine Art Werber, der dafür sorgte, dass junge Bürger sich beteiligt haben an der sogenannten Ostkolonisation. Das heißt an der Besiedlung der Gebiete, die im Osten an das Reich grenzten. Eine weitere Theorie, also das ist vermutlich das, was passiert ist. Da werden wir gleich noch ein paar weitere Sachen zu sagen. Eine weitere Theorie, die es dann auch immer wieder gibt und da rücken wir dann auch wieder so ein bisschen an die Ratten mit dran, ist die Theorie, dass es sich um Pesttote handeln sollte. Dass also dieses Entrücken der Kinder ja Opfer der Pest sein sollen. Und da ist dann auch wieder der Zeitfaktor, der dagegen spricht, denn die Pestepidemien traten erst so Mitte des 14. Jahrhunderts auf. 1448 ist ja diese ganz große, berühmte Pestwelle, die Europa wirklich fast entvölkert hat. Da haben wir auch mal eine Sendung zu gemacht, da erinnere ich mich dunkel. Früher war es her, genau. Genau, das ist sicherlich auch schwierig. Es gibt einen Volkskundler, ich schaue jetzt gerade mal, wo ich das wiederfinde. Ich hoffe, ich finde es wieder, ein gewisser Horst Klusch, der sich nochmal eng mit der Rattenfängersage beschäftigt hat und zwar vor dem Hintergrund der Besiedlung von Siebenbürgen. Und der sagt, ja okay, wir haben zwar dieses konkrete Datum 26. Juni 1284, aber dieses Datum taucht erst in Quellen auf, die selber wesentlich später entstanden sind. Und es ist jetzt die große Frage, ob mit 1284 das Datum des Ereignisses gemeint ist oder das Datum, wo es zum ersten Mal aufgeschrieben wurde. Und er sagt, ganz sicher können wir uns nicht sein, dass dieses Ereignis, wo die 130 Kinder verschwunden sind, tatsächlich 1284 geschehen ist. Und wenn man dann sagt, das kann auch früher gewesen sein, dann könnte man es wiederum, und das ist so sein Lieblingsthema, da hat er sich sehr darauf spezialisiert, es mit dem Bauernkreuzzug in Verbindung bringen. Zum Schluss kommt da auch heraus, dass sich diese 130 Jungbürger, muss man ja dann sagen, also dann sind es nicht Kinder, sondern Jungbürger, an der Ostkolonisation beteiligt haben. Aber eigentlich vor einem ganz anderen Hintergrund, das heißt, die sind eigentlich nur aus Versehen und durch einen Trick dann hinterher in sieben Bürgen gelandet. Für diese Theorie der Ostkolonisation spricht zum Beispiel, dass man in den entsprechenden Gebieten durchaus Ortsnamen findet, die darauf hindeuten, dass es irgendwann einmal Hamelner Bürger gewesen sein könnten, die da gesiedelt haben. Das heißt also, man hat in der Ortsnamenforschung wirklich Hinweise, dass da Zusammenhänge bestehen. Und da hat man dann zumindest einen Hinweis darauf, wo die Leute geblieben sein konnten. Und wenn dann natürlich in der Sage die Rede von Kindern ist, dann kann man sagen, das sind Kinder der Stadt, Stadtkinder. Und so kommt man dann eben zu dem Begriff Kinder, aber im Grunde genommen sind es junge Bürger, die sich irgendwann mal, weil sie noch hofften, da ein besseres Leben zu haben, auf den Weg gemacht haben. Dafür spricht als Region so die Uckermark. Da gibt es einen Ort, der Hammelspring heißt. Also der Ort, an dem der Fluss Hammel entspringt, den gibt es aber gar nicht. Man könnte also doch überlegen, da es da einige Städte gibt, die Namen haben, die in dem Bereich Ostwestfalen, Wieserbergland ähnliche Anklünge haben. Dass also durchaus die Idee ist, dass dort die Kinder der Stadt hinausgewandert sind. Jetzt muss man sich vielleicht noch die Frage stellen, warum ziehen denn dann 130 Einwohner Hamelns Richtung Osten, um dort zu siedeln? Und da muss man sich so ein bisschen vor Augen führen, wie das Leben in so einer mittelalterlichen Stadt war. Denn es war auch nicht immer alle Sonnenschein, 1284 in Hameln. Ganz, 1284 in Hameln, ja. Die Frühvorsitzung. Das war ganz sicher nicht so. Also die Städte, also man hat so die große Zeit der Stadtgründungen, ab 1000 ungefähr, die Städte boomten und wurden immer voller. Und da muss man sich dann natürlich auch mal fragen, ob das Leben für die Bürger so angenehm gewesen ist in dieser ständigen Überfüllung. Und dass da viele gesagt haben, okay, wir probieren einen Neuanfang und wir glauben den Leuten, die uns da das Blaue vom Himmel herunter versprechen und sagen, ja, da drüben, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da seid ihr frei, da könnt ihr siedeln, wie ihr lustig seid. Das wundert einen dann eigentlich nicht. Und dass sie dann gesagt haben, okay, trotz der ganzen beschwerlichen Reise, trotz der Unsicherheit und der Gefahren, wagen wir da einen Neuanfang. Und da die Handynetze im Jahr 284 nicht so gut ausgeprägt waren und mit DSL-Leitung das auch noch nicht so war, ist es dann auch nicht so ganz verwunderlich, dass bei dem harten Leben, was man hatte, was ja im Wesentlichen aus Aufstehen, seinem Tagwerk nachgehen und wieder einschlafen bestand, irgendwann auch so die Kontakte in die alte Heimat verloren gegangen sind. Und für diejenigen, die in Hameln gewohnt haben, waren die Auswanderer, wenn man es denn mal so nennen möchte, oder Aussiedler, verlorene Kinder, die man eben nicht mehr wieder sah, weil man natürlich dann diesen langen, beschwerlichen Weg auch nicht auf sich nahm, um sich mal zu besuchen untereinander. Genau. Übrigens noch so eine kleine Randbemerkung in der Sage war ja von der Bungellosenstraße die Rede. Die gibt es tatsächlich auch heute noch in Hameln und da ist auch ein Schild drunter, dass da still geschwiegen werden muss und überhaupt, also das ist ja so ein bisschen so meine alte Heimat, da die Gegend bei Hameln. Und es ist wirklich ein sehr niedliches, nettes, hübsches Städtchen mit einer tollen Altstadt und es lohnt sich wirklich mal, sich das Ganze anzugucken. Wie viele, viele andere, hunderte von Touristen natürlich auch. Ja, da kann man dann wirklich sich mit dem Bus quasi auskippen lassen und dann da mal gucken gehen. Insbesondere japanische Reisungsgruppen machen das sehr gerne. Ja, genau. Was auch immer wieder noch genannt wird, wo wir vor der Ostkolonisation waren, ist der Graf Nikolaus von Spiegelberg, der da eine Rolle gespielt haben soll, der diese Bürger, diese Jungbürger dazu verführt haben soll, aufzubrechen. Es gibt, wie gesagt, also jede Menge Hinweise und Indizien, die auf solche Dinge hindeuten, aber so recht bewiesen ist bis heute nichts. Und wenn man dann sich sogar hinstellen kann und sagen kann, ja, wir können aber das Datum oder beziehungsweise das Jahr sogar anzweifeln, dann kann man natürlich so einiges in Frage stellen und sich das eigentlich so drehen und wenden, wie man es haben will. Aber trotzdem ist es halt spannend, dass man da eine Sage hat mit so konkreten Hinweisen. Es gibt zum Beispiel eine Springer-Chronik, meine ich, wo noch drinsteht, dass die Mutter des Dekans Lude irgendwie gesehen haben soll, wie die Kinder ausgezogen sind. Und diese Familie und damit auch diese Mutter hat es tatsächlich in der Stadtgeschichte gegeben. Und auch da hat man also wieder einen ganz konkreten Hinweis darauf, dass es Zeugen gibt für dieses Ereignis. Jetzt müssen wir uns zum Abschluss nochmal fragen, wenn wir dann sagen, die Kinder der Stadt Hameln sind unter Umständen tatsächlich Richtung Osten ausgewandert, haben dort eine neue Stadt gegründet, um dort ein neues Leben zu beginnen. Und das ist belegter Fakt. Warum wird dann denn in dieser Geschichte dieser Teil mit dem Rattenfänger noch hinzugedichtet? Das ist ja nochmal eine recht spannende Frage, warum denn das überhaupt geschehen ist. Und da ist eine denkbare Variante tatsächlich eine ganz einfache, nämlich Scham. Also es war natürlich der Stadt Hameln auch vielleicht unangenehm, dass eine recht große Anzahl von Menschen mit Sack und Pack die Stadt verlassen hat, weil sie sich nicht mehr wohlgefühlt hat und weil sie ihr Glück an anderer Stelle und ihr Heil an anderer Stelle suchen wollte. Und dann hat man versucht so eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht erklären konnte, warum denn dieses Verschwinden der 130 Stadtkinder geschehen ist. Ja und also nicht nur Scham, sondern auch große Trauer darüber, dass man dann wirklich auch eine sichere Bank für die Zukunft verloren hat. Denn die nächste Generation, die da ausgezogen ist, die wäre für die Stadt sehr, sehr wichtig gewesen und für die Zukunft der Stadt. Was jetzt diese Figur des Rattenfängers angeht, die ist natürlich die ideale Zielscheibe, um sie zu verteufeln. Und wenn man sich den Text der Sage nochmal anguckt, dann springt einem das ja auch förmlich ins Auge. Also erstmal ist es ungewöhnlich, dass der die Möglichkeit hat, nicht Fallen oder Köder zu benutzen, sondern einfach mit der Flöte loszieht. Man hat, das finde ich irgendwie auch schon wieder kurios, mal Experimente gemacht und geguckt, ob Ratten tatsächlich auf Flötentöne hören, wie sie von mittelalterlichen Flöten hervorgebracht werden können. Das ist aber wohl nicht der Fall. Das heißt, da triffst du überhaupt nicht die richtige Frequenz, um dann irgendwie, weiß nicht, den Ruf einer Jungratte oder sowas nachzuahmen. Das funktioniert also nicht. Das Ertrinken ist auch, wie wir schon gesagt hatten, eher weit hergeholt. Auf jeden Fall hatte er damit so etwas wie magische Kräfte. Und zu einem ehrlosen Beruf passt es ja eigentlich auch wunderbar, wenn man ihn dämonisiert. Das heißt also, der geprellte Rattenfänger, der dann wiederkommt, in anderer Verkleidung übrigens und mit mehr dämonischen Zügen, also wenn dann von schrecklichen Gesichtszügen die Rede ist, der ist eigentlich so etwas wie ein personifizierter Teufel, der die Kinder mit sich nimmt. Ja, das stimmt. Denn auch dieses Flötenbild ist ein Bild, was häufig benutzt wird, um Dämonen oder sogar den Teufel darzustellen. Und das passt dann ja auch zu deinen Ausführungen letztendlich. Genau. Es gibt auch die Theorie, aber die halte ich persönlich für recht weit hergeholt, dass mit diesem Motiv des Flötenspiels und des Tanzens Hinweise darauf bestehen, dass diese jungen Bürger oder diese Kinder oder jungen Leute sich ja dem Tanz hingegeben haben bis hin zu irgendwelchen orgiastischen, heidnischen Ritualen. Und dass dann im Zuge dieser Rituale ein schreckliches Unglück passiert ist. Ja, also ist vielleicht eine ganz spannende Frage, um sich so als Gedankenspiel mal damit zu beschäftigen. Aber ich halte die Theorie der Ostkolonisation doch für stichhaltiger. Das davor ist ja auch eher so ein Beispiel für christlich geprägte Moralvorstellungen, um die es dann ja auch nochmal geht. Und hat da schon wieder eine andere Konnotation letztendlich an der Stelle. Also wir halten fest, der Rattenfänger von Hameln nach wie vor eine spannende Geschichte. Warum sie uns so berührt? Vielleicht, weil das Verschwinden von Kindern immer etwas ganz Furchtbares ist. Das hat man ja heute noch bei den modernen Sagen. Also wenn ich dann nur an die verschwundenen Kinder irgendwie bei Ikea oder so denke, das ist ja durchaus ein Motiv, was sich fortgesetzt hat. Und deswegen halt eine Geschichte, die uns immer noch bewegt, die uns mitnimmt. Und wir haben versucht, da so ein bisschen zu beleuchten, welche historischen Wahrheiten sich dahinter verbergen. Weil man natürlich sehr, sehr viele Erklärungsmodelle findet. Und Dinge wie Kinderkreuzzug oder Pest oder solche Dinge, weil Pest und Ratten, der Zusammenhang liegt auf der Hand. Für die Bürger damals allerdings nicht. Das ist nämlich auch noch ganz spannend. Und wenn die Geschichte von daher stammen würde, wäre das ein Zusammenhang, den die hätten gar nicht machen können. Also haben wir das mal einfach beleuchtet. Hoffen, dass das für euch mal ganz unterhaltsam war, mal so eine Sage, wahrscheinlich der bekanntesten deutschen Sagen, mal so ein bisschen aufgerollt zu bekommen. Antworten können wir auch nicht liefern, aber man kann natürlich schauen, was gibt es an Fakten, die dahinter liegen. Und wollen doch jetzt mal am Ende hören, ob MJ vor vielen Jahren auch mal in der Stadt in Hameln war und vielleicht auch da versucht hat, sich ein paar Kinderchen mitzunehmen. Die Auflösung Ja, ist Michael Jackson tatsächlich 1992 im Wieserberglandstadion in Hameln aufgetreten? Oder habe ich mir diese Geschichte nur ausgedacht? Nein. Also auch wenn heute noch hartnäckige Stimmen behaupten und hartnäckige Verschwörungstheoretiker behaupten, es war gar nicht wirklich Michael Jackson, der da auf der Bühne gestanden hat, sondern ein Dubel ist tatsächlich ein Künstler, der ihm sehr, sehr ähnlich sah, da auf der Bühne gestanden. Und die gesamte Show und alles, was dazugehört, war mit dabei. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich damals selber dabei war. Also ich war bei diesem Konzert tatsächlich im Stadion, war natürlich super weit hinten und habe eigentlich das meiste nur über die Leinwände gesehen. Aber es war auf jeden Fall das Geld wert für die Karte. Es war ein toller Auftritt. Und es gibt Gerüchte darüber, dass er auch deswegen in Hameln aufgetreten ist, weil er die Rattenfingersage kannte und die so toll fand. Und das kann natürlich sein. Also die Sage, wie wir jetzt festgestellt haben, ist so bekannt, dass natürlich auch Michael Jackson davon gehört haben kann. Ob das natürlich der Grund dafür gewesen ist, dass er nun das Zusatzkonzert in Hameln gegeben hat auf der Tour, ist die Frage festzustellen, ist auf jeden Fall, dass die DWZ sich da furchtbar reingehängt hat. Das ist die Lokalzeitung, die große Überregionale da. Und dass die es möglich gemacht haben und selber total überrascht waren, als das dann letzten Endes geklappt hat. Ganz nette Geschichte noch zum Schluss. Er sollte sich natürlich auch ins goldene Buch der Stadt Hameln eintragen. Das hat aber zeitlich nicht geklappt. Und da hat man wohl dann tatsächlich eine Seite rausgerissen, hat die ihm überbracht, er hat unterzeichnet und dann hat man die da wieder eingesetzt. Ja, und jetzt steht er da auch drin. Sehr nette Geschichte. Also soviel zur Auflösung der Story der Woche. Wir weisen vielleicht jetzt nochmal auf einen YouTube-Kanal hin. Das habe ich letztes Mal versäumt zu tun, was mir äußerst unangenehm ist. Das wollte ich eigentlich das letzte Mal schon tun. Und zwar gibt es jetzt einen wissenschaftlich-kritischen YouTube-Channel, der sich Plunks nennt. Ich werde das auf unserer Homepage verlinken. Das jetzt zu buchstabieren und euch da den Link zu diesem YouTube-Channel zu geben, ist, glaube ich, eher etwas schwierig. Also wie gesagt, auf der Homepage zu finden, da gibt es inzwischen zwei Videos, die eingestellt worden sind. Das eine ist die eine Million Dollar Homöopathie-Lüge. Da werden sich unsere Hörer, die sich schon ein bisschen länger mit dem Thema befassen, sicherlich ihren Teil denken können, um was es da geht. Und es gibt ein zweites Video inzwischen auf diesem Kanal, das den schönen Titel trägt, nur Ausländer haben Vorurteile. Und auch da geht es sicherlich dann, wie ihr euch denken könnt, um ein Thema zum wissenschaftlich- oder auch kritischen Denken. Und das ist ein sehr sympathischer junger Mann. Er macht das wirklich auf sehr charmante Art und Weise. Sehr kompakt, allerdings sehr schnell geschnitten. Ja, also genau. Wenn man denkt, Marc Benedicke redet schnell, dann hat man noch gar nichts gehört. Das sollte man sich anhören, aber abonniert den mal und der ein oder andere, der vielleicht ruxler viel zu langarmig ist, diese alten Herrschaften, die da stundenlang ins Mikro reinreden, der ist vielleicht bei Planx besser bedient. Und ein schönes Konzept finden wir sehr gut, wenn sich weitere junge, motivierte Menschen mit dem Thema wissenschaftlich-kritisches Denken auseinandersetzen. Und das können wir auch nur unterstützen. Also das dazu, Link auf unserer Homepage. Gut. Und wir haben mal unseren Pressebereich aufgeräumt und haben da so ein paar neue Artikel verlinkt. Zu den Büchern sind zwischenzeitlich ein paar neue Sachen erschienen, wenn ihr euch die durchlesen wollt, Rezensionen und andere Dinge. Und da wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch noch ein paar neue Sachen geben, wegen verschiedenster Dinge mal angefragt worden. Und sobald da immer was publiziert ist, werden wir das verlinken. Also der Pressespiegel auf unserer Seite sicherlich auch immer ein Besuch wert. Und abschließend haben wir immer noch ein Gewinnspiel am Laufen, was quasi noch bis zum 31. März, also etwas mehr als eine Woche jetzt läuft. Nämlich das Gewinnspiel zur Skepcon 2014 in München, wo ihr uns bitte mitteilen solltet, wer sich denn wirklich hinter der GWUP verbirgt. Ganz wichtige Informationen. Also welche Verschwörungstheorie erklärt das Tun der GWUP? Da hat es schon ein paar sehr lustige Einsendungen gegeben, aber natürlich kann das immer noch mehr werden. Und Preise ist eine Karte zur Konferenz der GWUP in München und zweimal ein Jahresabo der Zeitung Skeptiker. Jetzt vielleicht ein bisschen spät schon das zu gewinnen, aber in der aktuellen Ausgabe des Skeptikers auch nochmal ein langer Artikel über unser Buch Muss man wissen. Und auch nochmal eine sehr schöne Rezension von Ralf Neugebauer, über die wir uns sehr gefreut haben. Also sind wir da auch so im Skeptiker diesmal ganz ausführlich vertreten der GWUP, was uns sehr, sehr freut. Weil wir auch nach wie vor glauben, dass das Buch eine richtige und wichtige Entscheidung war. Sonst hätten wir das nicht gemacht, das Buch. Ja, damit sind wir so am Ende der Sendung. Achso, halt, halt, halt. Für alle, die jetzt eine Idee haben, wo soll ich es hinschicken, wird natürlich auch verlinkt. Natürlich den Beitrag zum Gewinnspiel an unsere bekannte E-Mail-Adresse info at huxela.com. Und abschließend der Hinweis, diese Folge ist etwas zeitiger am Netz. Das hat Termingründe, als sie das sonst ist, nämlich eher so gegen Nachmittag, beziehungsweise Mittag dieses Mal. Dafür wird die nächste Episode von Huxela tatsächlich erst am, jetzt muss ich hier gerade einmal in meinen Kalender scrollen, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, wird die nächste Folge von Huxela erst am 31. Also am Montag, am 31. März erscheinen. Insofern habt ihr da jetzt also den letzten Aufruf zum Gewinnspiel. Da werden wir den Veröffentlichungstermin am Sonntag nicht halten können. Dafür dann die nächste Folge am 31. März. Und mit all diesen Informationen wünschen wir euch eine gute Zeit. Und natürlich immer schon Skippt-Lippstein. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info at huxela.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxela ist eine Rekord-Shoe-Production aus dem Jahre 2014. Dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm alle Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, sodass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag, morgens früh 7 Uhr, nach anderen zu Mittag, erschien er wieder. Jetzt in Gestalt eines Jägers. Erschrecklichen Angesichts. Mit einem roten, wunderlichen Hut. Und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mäckdlein vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war, danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit betrübtem Herzen ihre Kinder. Die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder oder auch nur etliche gesehen. Aber alles vergeblich. Es waren im Ganzen 130 verloren. Zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet und zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere stumm gewesen, also dass das Blinde den Ort nicht hat zeigen können, aber wohl erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt wären, das Stumme aber den Ort gewiesen, ob es gleich nichts gehört. Ein Knäblein war im Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen, wodurch es dem Unglück entgangen, denn als es zurückkam, waren die anderen schon in der Grube eines Hügels, die noch gezeigt wird, verschwunden. Die Straße, wodurch die Kinder zum Tore hinausgegangen, hieß noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wohl noch heute, die bungelose, Trommel, tonlose Stille, weil kein Tanz darin geschehen, noch Seitenspiel durfte gerührt werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward, mussten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind aufgerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in sieben Bürgen wieder herausgekommen. Die Bürger von Hameln haben die Begebenheit in ihr Stadtbuch einzeichnen lassen und pflegten in ihren Ausschreiben nach dem Verlust ihrer Kinder Jahr und Tag zu zählen. Ja, liebe Hörer, ihr seid nicht bei den Blackstreet Stories gelandet, was der eine oder andere vielleicht mal denken könnte, nach einem so langen gelesenen Text der Hoaxmystress. Wer das übrigens mehr haben möchte, dass Alexa euch etwas vorliest, der sollte tatsächlich mal sich die Seite www.blackstreetstories.com angucken. Da gibt es Hörbücher und Geschichten von Alexa... Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 153. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer dabei die wunderbare Hoaxmystress Alexa. Hallo ihr da draußen. Und ich bin der Hoaxmaster Alexander. Und in dieser Folge wird es geradezu märchenhaft, aber da kommen wir natürlich nachher erstmal im Thema der Woche dazu. So, jetzt machen wir erstmal wie seit 152 Folgen und heute die Story der Woche. Seit jeher. Seit Anbeginn der Zeit. Jawohl. Ja, in dem Thema der Woche, das kann ich vielleicht jetzt schon vorwegnehmen, wird es nachher um eine Figur gehen, die Kinder verführt haben soll und woraufhin dann Kinder verloren gegangen sind. Und auch in der Story der Woche, so ungesichert es ist, beschäftigen wir uns mit jemandem, der sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen musste, mit Kindern nicht immer ganz das Verhältnis gehabt zu haben, was man normalerweise so denken sollte. Ich spreche von dem großen Künstler und leider inzwischen verstorbenen Michael Jackson. Und dieser Künstler hat kurioserweise einmal ein Konzert in einer deutschen Stadt gegeben, von der man das so gar nicht glauben würde, dass da ein Künstler von derartigem Weltruhm, dessen Tourgepäck irgendwie 20 Lastwagen in Anspruch nahm, da auftreten würde und zwar in Hameln. Tatsächlich ist Michael Jackson 1992 im Weserberglandstadion in Hameln aufgetreten. Es sei denn, ich habe euch da wieder mal Müll erzählt und euch einen Bären aufgebunden. Thema der Woche Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an, weshalb er Bunting soll geheißen haben, und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld, die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach sein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen also bald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm, und so führte er sie an die Weser. Das ist ja gelesen, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema der Woche, nämlich dem Rattenfänger von Hameln. Also eigentlich hätte schon beim ersten Halbsatz der gelesenen Geschichte irgendwie jedem klar sein müssen, worum es gehen wird und wer mit dem merkwürdig oder mit dem wunderlichen Mann gemeint ist. Das ist eine der Sagen, die derartig um die Welt gegangen sind und heute noch verbreitet sind, dass man sie irgendwie kaum aus einem Kinderzimmer wegdenken kann. Der Rattenfänger von Hameln ist nicht nur in Deutschland natürlich unschlagbar, sondern auch im Ausland im Prinzip wirklich in der ganzen Welt so bekannt, dass die Leute, die Touristen reihenweise und busseweise ins kleine Städtchen Hameln schwärmen, um sich das da wirklich vor Ort alles nochmal anzugucken. Und dann werden sie feststellen, wenn sie das machen, dass es in der ganzen Stadt wirklich immer wieder Hinweise darauf gibt, dass an der Sage wirklich was dran ist. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz konkret der Unterschied zwischen Sage und Märchen. Ein Märchen, wie die Brüder Grimm selber sagen, ist poetischer, die Sage ist historischer. Das heißt also, das Märchen hat keinen Wahrheitsanspruch, die Sage hat den Wahrheitsanspruch und sicherlich in diesem Fall auch jede Menge Wurzeln in der Realität. Da merkt ihr schon, dass ich am Anfang der Sendung gesagt habe, es wird märchenhaft. Das war natürlich dann nach dieser Einleitung komplett falsch. Denn ich hätte sagen müssen, es wird sagenhaft. Sagenhaft, wie bei L'Oriot. Klingt dann aber auch ein bisschen eingebildet. Vielleicht auch nicht das Richtige. Sag doch noch ganz schnell, du hast eine bestimmte Fassung ja vorgelesen in dieser Ratenfängergeschichte. Welche Version war das, die du jetzt gelesen hast? Das war die Nummer 245 aus den deutschen Sagen der Brüder Grimm. Das heißt also, die Brüder Grimm haben nicht nur Märchen gesammelt, sondern auch Sagen. Und das ist also die Fassung, die heute noch so am bekanntesten ist. Es gibt noch andere Fassungen, es gibt frühere Fassungen. Es gibt zum Beispiel noch eine von Athanasius Kircher, dem Jesuitengelehrten, dem Bekannten. Und überdauert hat aber natürlich diese Fassung, die von 1816 sein dürfte, die von den Brüdern Grimm halt verwendet wurde. Und die haben natürlich, das muss ich vielleicht noch ergänzen, wie sie das auch bei den Märchen gemacht haben, sich ganz eng an das gehalten, was sie von ihren Quellen erfahren haben. Das heißt also, ja, diese Wahrheitstreue und Wahrhaftigkeit, also diese Verantwortung den Quellen gegenüber war auf jeden Fall da. Das heißt, sie haben das alles so mit in ihre Sammlung aufgenommen, wie es ihnen erzählt wurde. Aber was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wenn sie verschiedene Versionen erfahren haben, wo die Motive vielleicht sich auch unterschieden, dann haben sie das hinterher zu einer Fassung zusammengebaut. Das heißt dann auch wirklich die Motive entsprechend zusammengestellt. Über die Brüder Grimm werden wir vielleicht tatsächlich auch nochmal eine andere eigene Episode machen, weil das glaube ich auch relativ spannend ist, was die so gemacht haben. Kommen wir mal zurück zum Rattenfänger von Hameln. Ja, du hast schon gesagt, trotz der Kürze der Rattenfänger von Hameln, eine unfassbar beliebte Sage in Japan und den Vereinigten Staaten vor allen Dingen auch, ist diese Geschichte unglaublich beliebt. Wir haben die Geschichte gehört und natürlich stellt sich die Frage, ist da was dran? Oder was entspricht denn wohl der Wahrheit, wenn man sich mit dem Rattenfänger von Hameln beschäftigt? Und da gibt es durchaus relativ ausgefeilte Theorien verschiedenster Art, die erklären wollen, worum es denn im Rattenfänger von Hameln wirklich geht und was da passiert ist in der Geschichte des Rattenfingers von Hameln. Genau, wir haben ja im Prinzip zwei Themenkomplexe. Wir haben einmal die Vertreibung von Ratten durch einen Rattenfänger und wir haben die Entführung von 130 Kindern, die nie wieder zurückgekommen sind und man weiß oder hat niemals erfahren, wohin sie verschwunden sind. Das heißt also, wir haben auch im Prinzip zwei Sagenteile, die da zusammengestellt sind. Und das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, ganz am Anfang gab es den Teil mit dem Rattenfänger überhaupt nicht. Das heißt, es war nur von einem Pieper, also von jemandem, der mit einer Flöte rumlief, die Rede, der die Kinder fair oder entführt hat, aber mit keinem Wort hat er sich auch irgendwie mit Ratten beschäftigt. Wohl aber, und das finde ich ganz spannend, gab es den Beruf des Rattenfängers im Mittelalter. Also wenn wir uns jetzt wirklich an das genannte Jahr 1284 mal klammern und davon ausgehen, dann gab es zu dieser Zeit tatsächlich Leute, die durch die Gegend gezogen sind und ihre Dienste zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, okay, ich befreie euch von der Rattenplage. Aber natürlich nicht, indem sie Flöte gespielt haben und Ratten ersäuft haben in einem Fluss, sondern mit den herkömmlichen Mitteln wie Fallen oder Giftködern oder ähnlichen Sachen. Ganz ungewöhnlich zum Status des Rattenfängers sagen wir gleich nochmal was, ist tatsächlich die Tatsache, dass in dieser Sage eine Jahreszahl ganz konkret genannt wird und nicht nur das. Es wird dann ja auch noch ein Datum genannt, an dem die Kinder ja aus der Stadt dann entführt worden sind, gekidnappt, würde man ja heute im Neudeutsch sagen. Und das ist genau das, was du angedeutet hast, nämlich, dass es ja so einen Wahrheitsanspruch hat. Denn wenn man dann liest, dass es am 26. Juni 1284 da zu dem Ereignis kam, dass die Kinder herausgekommen sind, dann würde man ja sagen, naja, da gucken wir doch mal in der Stadtchronik von Hameln nach und dann werden wir ja schon sehen, ob da was eingekragen ist zu dem Zeitpunkt oder nicht. Dummerweise gibt es aus der Zeit keine Dokumente, die man finden kann, die also darüber Ausschluss geben. Und das ist das erste Problem, was wir haben, wenn wir gucken wollen, was ist denn an der Geschichte des Rattenfängers von Hameln wirklich wahres dran. Es gibt aus dem Jahr 1284 zumindest so konkret keine Aufzeichnung, wie uns irgendwas zu erklären. Also tatsächlich, also eine ganz nahe Zeit, also nahe zu dem Datum, was da genannt ist, können wir keine Quelle rücken. Es gibt aber spätere Quellen, also die dann teilweise aber schon so ein, zweihundert Jahrhunderte später auftauchen, wo tatsächlich Hinweise existieren, dass das genauso stimmt, wie die Brüder Grimm das in ihrer Sage beschrieben haben. Nämlich einmal, dass es durchaus in einem Stadtbuch, es gibt das Stadtbuch Donat, einen Eintrag gibt, der da darauf hindeutet, dass so ein Ereignis tatsächlich mal geschehen ist in Hameln. Es gibt tatsächlich den Eintrag bei mehreren Ereignissen der Stadt, dass das entweder vor oder nach dem Verschwinden der Kinder geschehen ist oder vielmehr, dass es nach dem Verschwinden der Kinder geschehen ist. Also eine Art eigene Zeitrechnung. Genau, dass die Hamelner wirklich, also wie es in der Sage auch steht, eine eigene Zeitrechnung eingeführt haben. Und derjenige, der das aufgeschrieben hat, der hat das auch in diesem Stadtbuch ergänzt. Das heißt, das stand nicht von vornherein da, sondern er hat ein reguläres Datum durchgestrichen und hat dann diesen Zusatz in den Eintrag gesetzt. Des Weiteren gibt es in der Stadt tatsächlich auch Inschriften, die ganz klar sagen, am 26. Juni 1284 sind durch einen Pieper 130 Kinder verleitet worden, aus der Stadt auszuziehen und sind dann eben verschwunden. Also der Text, den es gibt, ist eine Hausinschrift, die lautet Anno 1284, am Tag Johannes et Pauli, war der 26. Juni, durch einen Pieper mit allerlei Farbe begleitet gewesen, 130 Kinder verleitet, bin in Hameln geboren, to Calvary, bei den Koppeln verloren. Das ist der Text. Hätte ich noch ein bisschen lyrischer lesen müssen. Das war jetzt sehr sachlich. Ja, das ist eine Hausinschrift in Hameln und man geht davon aus, dass diese Hausinschriften sich tatsächlich eigentlich immer auf wahre Ereignisse beziehen. Genau, das ist ein sogenannter Merkvers, der darauf abzielt, sich wichtige Ereignisse, wie der Name schon sagt, merken und auch weitergeben zu können. Und Forscher sind der festen Überzeugung, dass diese Merkverse sich selten bis nie auf fiktionale Ereignisse beziehen. Das würde ja eigentlich auch gar keinen Sinn machen, sondern die beziehen sich tatsächlich immer auf die, auf wahre Ereignisse, damit man die eben dann entsprechend weitergeben kann und nicht vergisst. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf den Rattenfänger, der ja erst später dazugekommen ist in diese Sage zurück. Und zwar, es gab zwar diesen Beruf Rattenfänger, der zählte aber zu den sogenannten ehrlosen Berufen. Also das war jetzt kein angesehener, vielleicht in einer Gilde organisierter Handwerker, sondern das war ein Mann in der Regel, der zum fahrenden Volk gehörte und der ähnlich wie ein Totengräber oder Scharfrichter oder ein ähnlicher Beruf eben verfemt war und von den Leuten also wirklich im Prinzip wie Dreck behandelt wurde. Das heißt also, das Motiv, dass man denjenigen, der da umherzieht, um die Ratten einzufangen, übers Ohr haut, das ist vor diesem Hintergrund gar nicht so weit hergeholt. Und durchaus denkbar. Ratten können übrigens erstaunlicherweise recht gut schwimmen. Also das mit dem Nevesa ersäufen, das macht irgendwie nicht viel Sinn. Das kann man noch mal ganz kurz dabei sagen. Deswegen fühlen sie sich auch in diversen Kanalisationen von Großstädten so wohl, weil die da prima durch die Gegend schwimmen können. Das ist einfach nochmal an der Stelle als Hinweis. Ja, da muss man sich jetzt natürlich fragen, was ist denn mit den Kindern passiert? Wo sind die denn geblieben? Also im Märchen, klar wird es ja beschrieben, sie sind in eine Grube, in eine Höhle gekommen, sind in einen Berg entrückt worden vielleicht, kann man ja sagen. Und das ist ja so ein Motiv, was es durchaus auch häufiger gibt, dieses Entrücktwerden. Ja, also das gibt es eigentlich eher in anderem Zusammenhang, diese Entrückung. Das hat eigentlich, wenn man es jetzt mal vollkündig betrachtet, eher was damit